ein ja was hier gut tag wünsche ich euch bei einer runde syndicate games gegen timmy best of three ja ich habe noch mal mein video angeguckt ja syndicate games gab es auf meinem kanal ja auch noch nicht das ist ein spielmodus wo man eins gegen eins auf einer kleinen map camp wo hat aus kisten und so ein scheiß sind und man muss sich halt kaputt kloppen ja ja du willst du die erste map aussuchen nein klick du auf mich ja dann bleiben auch stehen das ist ein trocken die kripte achso da gibt es so sagt stopp stopp winter spielen okay ich habe geile holz schaufeln okay jetzt nicht mehr ich habe glaube ich die fps limitierung zu hoch nee lol ich war gerade noch im inventar weil ich das heißt kein fall schaden ja und man kriegt auch keinen schaden durch ender perlen und sieht doch so item das heißt ender flash das ist ein ende auge damit kann man so damit wirft man etwas und finden dass man wenn er geht davon getroffen wird dann ist der da kriegt ja so einen schwarzen bildschirm kann nichts mehr sehen für ein paar zeit und man wird glaube ich etwas langsamer auch ja das glaube ich auch na los komm doch raus vielleicht habe ich auch schon ein schwert du nicht ich drüstete sehen nur da kommt doch raus oder hast du angst aber sehen kann ich dich denn noch ich weiß nicht wo bist du denn gesundheit und das schneide ich raus ich nicht ich finde lustig viele zu diensten ich nicht so selber gerne meine aufnahmen das ist so meine hauptbeschäftigung also wenn ich wenn ich nicht vergesse also ich will es aber rausschneiden werde ich jetzt besiegen wir können auf haus battle machen wo auch immer du bist aber ist echt toll dass man einen falschen bekommt ja es ist total hilfreich ich habe umschauen was dann die meisten kids nur ich dran gehen war es zu schauen okay dann kann ich ja ungefähr wissen wo du bist also nicht jetzt ist eigentlich was das total schnell geht aber manchmal dauert schon etwas länger manchmal ja manchmal so wirst du hast du noch kein schwert oder was wie kommst du denn darauf mein gott kommen raus geht doch so nicht du hast ja nicht ist hier auch schon meine güte da warst du schon da an der war ich noch nicht mal alter wurde bist du weißt du wo ich bin natürlich ja auf jeden fall also wo bist du an hinten ich selber noch kein schwertem ich kann faust battle machen von weg aus kein schwer oder das ist bzw du hast sogar verzaubert hmmm kommen doch her gewonnen ok erste runde geht schabal an mich äh ich habe sie zu HAVEZ Ja, das auf jeden Fall. Kommen wir jetzt automatisch eigentlich wieder in die Lobby? Ja. Okay, gut, dann such du jetzt den nächsten Lab aus. Soll ich auch Stopp sagen? Nee, ich suche aus. Oh, schade, okay. Weil die Lab einfach toll ist. Ah, Flooding Island, okay, ja, die ist... Ja. Die ist akzeptabel. Ich schlag mit meinen Holzschaufeln auf dich. Ja, die sind echt toll, diese Holzschaufeln. Ich hab' schon voll dir. Voll dir, okay. Ja, du auch? Ich hab' voll Obsidian. Ah, okay. Ja. Auf jeden Fall. Ich hab' ne Glowster-Unrüstung. Ah, cool. Ich wusste gar nicht, dass wir Mod spielen. Nicht? Ich dachte schon... Hm, sehr verwirrend. Ja, alles ist so verwirrend. Ich weiß leider nicht, wo du jetzt genau bist. Ich hoffe, dass du natürlich noch kein Schwert hast. Weil es uns recht uncool für mich wäre. Äh? War hier nicht eine Kiste? Ah. Ah, und so, die ist noch voll, das heißt, da warst du noch nicht. Ich kenne dich heute. Ah, ha, ha, ha. Hast du denn? Echt? Da bist du. Ah, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Okay, das war die Runde. Das war schon die Aufnahme. Ah. Oder sollen wir besser Pfeif machen? Besser Pfeif? Dann gewinster Pfeif! Dann gewinster Pfeif! Dann hast du wenigstens noch ne Chance. Dann mach' die beste Pfeif. Okay, warte, insofern du jetzt die nächste Runde gewinnst, machen wir besser Pfeif. Ansonsten bist du einfach nur schlecht. Wir nehmen schon sechs Minuten auf. Ja, so, dann nehm' ich jetzt eine Map, so, ich mach' meine Map jetzt aus. So, äh, ich nehme meine etwas Größere. Das ist doch eh Best of Five. Ja. Egal ob du jetzt gewinnst oder nicht, es ist eh Best of Five dann. Ja. Wieso, wie, hä, wie meinst du das, ich verstehe das nicht. Du bist, aus dem einfachen Grund, weil du gewinnst, äh, hast du eh von fünf Kämpfen die meisten gewonnen. Ach so. Also, ich hab' schon wieder ein Schwert gefunden. Okay. Ja. Weißt du, dass du dich hast, ja? Komm' doch raus. Nee, du bist ja auf der ganz anderen Seite, da wüsste ich jetzt mal hinlaufen, aber ich gebe mich trotzdem noch ein bisschen besser Equipment, auch wenn ich schon ein Schwert habe. Einfach aus Prinzip. Ein Bogen wär' noch cool. Ah! Was? Oh mein Gott, du, ich hasse dich, ne? Das ist dir bewusst, oder? Ah, das war so unverhofft. Also Best of Five. Okay, gut. Du hast dir bewusst, dass du die nächste Runde auch noch gewinnen musst. Ja, ich weiß. Komm her, fordere mich heraus. Zu einem Du-Du-Du-Du-Duell. Los. Oh mein Gott. Das war jetzt schon mal gut, ich hab' ja auch ein Schwert gehabt. Das war eher... Ein Zirkus also, okay. Ja, Zirkus. Die alten Spawn, die kenn' ich gar nicht. Hm. Der Loose-Tick. Das ist dein Zugspawn. Hä? So war ich bis jetzt einmal bei dem Zugspawn, bei dem Spawn, wo ich jetzt bin, bin ich sonst immer. Ich bin auch sonst immer bei dem, wo du bist. Beim Zugspawn war ich noch nie. Bin ich jetzt grad das erste Mal. Dein erstes Mal. Ja. Das ist wie du das erste Mal mit diesen kleinen Kinder drauf guck. Also ein Schwert hab' ich schonmal. Ich nicht. Manche sagen es zum Blöffen, manche meinen es ernst. Jetzt darfst du dir aussuchen, was ich meine. Korb sogar im Bogen, aber leider keine Pfeile. Du hast sogar zwei Schwerter schon. Das ist... Ich darf so. Äh, ja. Du zuschenn' ich eh schon ein Schwert und machst jetzt wieder einen auf Ich bin scheiße und dann besiegst du mich. Du weißt wahrscheinlich bestimmt auch schon, wo ich bin. Das heißt also nicht. Oh, wow. Wenigstens etwas. Ah. Ich hab, wow. Zwei Pfeile hab' ich gefunden. Ich bin so ein glücklicher Mensch. Oh nein, mehr war hier nicht okay. Ja. Glück kann man gar nicht in Worte fassen. Oh ja. Ja, das ist echt unbeschreiblich schön, was ich hier erlebe. Bei deinem ersten Mal. Mann, auf damit. Oh Gott. Hallo! Ah! Alter, ernsthaft? Hey, warte los! Funktioniere! Ach, du bist außerhalb des Dingens ernsthaft? Oh Gott, ich bin irgendwie rausgekommen. Ich hab's bemerkt. Ich hab's bemerkt. Oh mein Gott. Ich hab so wenige Herzen gerade. Das war so knapp jetzt schon wieder. Alter, was ist am Ende los gewesen? Ich konnte nicht mehr so gut hitten. Hitten. Äh, hitten, hitten. Ah! Was? Was ist denn jetzt hier? Oh nein! Mann! Schaffst du dich wie die Pest! Ey, wenn du das so verlierst, das ist peinlich. Na gut, das Bester 3 hab ich ja gewonnen. Dann kannst du das Bester 5 gewinnen. Komm her! Mann, so, jetzt will ich, äh, was soll ich hier? Das ist eine große Map. Ah ne, doch nicht. Ich will die ganze Zeit nicht groß, aber ich finde den Namen hier schnell heraus. Egal. So, dann machen wir jetzt die Map. Oh Gott. Der finde ich eigentlich immer. Jetzt hast du die Map, ist dir das bewusst. Rat mal, warum ich die genommen hab. Ich hab schon ein Diamantschwert. Der Schwert. Ist das sogar möglich. Ich hab ein Obsidianschwert. Wow, das ist so super. Ich hab ein Fischschwert. Fischschwert? Oh cool. Das will ich auch. Ich seh deinen Namen. Das ist ja uncool. Warst du nicht grad hier? Ich will ein Horse Battle mit dir machen. Da bist du. Ah! Nein! Ja! Ich hab gewonnen! Oh mein Gott! Wie viel er hat? Zwei! Oh mein Gott! So knapp! Das war dann CityCatGames. Wenigstens hab ich gewonnen. Das ist schon mal die Hauptsache. Ja! Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht kommt ihr noch mehr CityCatGames, weil es erscheint lustig zu sein. Wer hat mich erschreckt. Was? Das ist lustig? Nein! Nein! Auf keinen Fall! Okay, dann bis zum nächsten Mal! Ciao! 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 Ciao!